Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute Lager und sprach wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Uns heute hier heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute sind wir einmal auf einem Schurken. Nichtsdestotrotz möchte ich ein paar von den großen Bergungskisten aufmachen. Und da war ich wieder fleißig, hab ein paar zusammengefarmt. Beim Schurken brauche ich auch noch einige Items. Eins, zwei Waffen und dann noch zwei Rüstungsteile. Einmal die Handgelenke und einmal die Schuhe. Und ich hoffe mal, dass wir das eine oder andere rauskriegen. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob der Spec hier irgendeine Auswirkung hat. Wobei es scheint ja so zu sein, dass ich beide oder alle drei Specs brauche für die Waffen. Deswegen lassen wir den jetzt erstmal. Oh, warte mal, jetzt habe ich hier die falsche Kiste gemacht. Machen wir es mal so, dass wir auch wirklich 20 haben. So, okay, also einen haben wir aufgemacht, da war nichts drin. Ich mache mal den Chat hier hoch. Dann was haben wir hier? Ein Rüstungsteil. Okay, das brauche ich nicht. Ein bisschen Garnisionsressourcen und Erze. Obwohl, mit dem brauche ich, glaube ich, sogar die Rüstungsteile. Da sind nämlich die Follower noch nicht komplett hochgerüstet. Auf, glaube ich, 675 oder so kann man sie equippen. Wollen wir mal gucken, dass ich da noch ein bisschen was benutze. Oh, da haben wir schon mal was bekommen. Also, wir haben ein Rüstungsding gekriegt oder die Waffe sogar. Und noch ein Item fürs T-Mocken und zwar die Schuhe. Okay, das ist schon mal gut. Schuhe sind schon mal raus. Vielleicht kriege ich noch ein T-Mock-Waffe. Das wäre ganz gut. Bisschen Garnisionsressourcen, noch mehr Garnisionsressourcen. Gut, mit denen kannst du dich ja zuschmeißen. Theoretisch kann ich mit denen auch ein bisschen was kaufen. Und zwar da oben beim, ähm, bei diesem Handelsplatz kann man die umtauschen gegen dann noch verschiedene Mats hier aus dem, aus der Expansion. Aber, ja, sonderlich viel sind natürlich nicht wert. Na, zwei haben wir noch. Eine. Und kriege ich noch eine Waffe? Nein, leider nicht. Aber zumindest die Schuhe ist schon wieder eins wenige hier aus der Liste. Und ja, damit sind wir auch schon wieder durch mit dem kleinen Opening. Wir sehen uns wieder, wenn ich wieder insgesamt 20 zusammen habe. Und ja, damit verabschiede ich mich an der Stelle. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.